Herzlich willkommen im Ideencafé des Rosenheim Center für Entrepreneurship, kurz BROCKET. Was ist das Ideencafé? Das Ideencafé findet einmal im Monat statt und richtet sich an unternehmungslustige Studierende und Beschäftigte der Hochschule sowie Start-up-Teams mit mindestens einem Hochschulmitglied. Uns stehen die verschiedensten Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir geben euch rechtzeitig vor dem Event Bescheid, wo wir uns treffen. Im Ideencafé geht es vor allem darum, erste Entrepreneurship-Luft zu schnuppern, erste Ideen in lockerer Atmosphäre auszutauschen und das eigene Netzwerk zu erweitern. Das Ideencafé ist kostenlos, aber bitte meldet euch an, wenn ihr teilnehmen möchtet. Die Adresse findet ihr auf unserer Homepage. Meldet euch bis einen Tag vor dem Event an, wenn ihr nur teilnehmen möchtet. Bitte meldet euch spätestens eine Woche vor dem Event an, wenn ihr eure Idee oder euer Start-up pitchen möchtet. Wie läuft das Ideencafé ab? Nach einer kleinen Begrüßungsrunde liefert ein kurzer Impulsvertrag erste Einblicke in die Start-up-Welt. Danach habt ihr die Möglichkeit, eure Idee oder euer Start-up zu pitchen. Dafür stehen euch fünf Minuten zur Verfügung. Im Anschluss an die Pitchrunde freuen wir uns über individuelle Fragen und angeregte Diskussionen. Nach diesem offiziellen Teil des Ideencafé könnt ihr in lockerer Atmosphäre bei Snacks und Getränken Netzwerken, Ideen austauschen, Mitstreiter suchen oder einfach nur nette Leute kennenlernen. Außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch bei der praktischen Umsetzung eurer Idee im Rohlib inspirieren oder unterstützen zu lassen. Also, meldet euch an, kommt vorbei, macht mit! Wir freuen uns auf euch und eure Ideen. Weitere Informationen zum Pocket und unseren Angeboten findet ihr auf unserer Homepage. Ich heiße euch an! Sprecher! für ! ihr